So, was geht mal, Friends? Willkommen zurück zu Resident Evil Village, oder keine Ahnung, wie das heißt. Wie machen wir da? Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin, deswegen ist es umso spannender, weil ich sage erst mal, ah ja. Wir sind wieder im Gebäude. Okay, was ist ja wieder? Wir sind ja nicht mehr rausgekommen. Mit den Töchtern, Alter. Die gerade nicht die schönsten sind, ne? Und nicht gerade die psychisch auf dem besten Stand gesetzt sind. Aber naja, gut. Ist ja nun ein Irrenhaus von Frauen, aber scheiße. Speichern haben wir jetzt erstmal. Check, Alter. Medic 1, wie immer. Scheiße. Flinte 0. Wie immer. Und da hat sich alles nicht geändert. Ah, ja, ja. Ja, 14.000, Alter. 14.000. Beachte mich gar nicht. Mach ich nicht. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Schnell, dass sich hier nichts verändert. Er hört die Feuerrate ja schön. Nachleitergeschwindigkeiten waren jetzt die Größe. Das ist sogar wichtig. Was? Ah, schon gut. Das war's. Digga. Mit dir redet keiner. 9.000. Ich meine, gut ist keiner Leben retten, ne? Aber die Magazine beträchtlich. Weiß ich ja nicht, ne? Aber selbst wenn wir das kaufen würden, bräuchten wir die Einzelteile, um das herzustellen. Deswegen macht das in meinen Augen keinen Sinn. 1000 für nur 3 Schuss. Ich werd's bereuen. Da hattest du ein Auge drauf, was? Okay, warte mal. Danke für deine Treue. Jo, jo, kein Ding. Wie war man? Pistol. 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 Wo ist der Rest von der scheiß Munition, Digga? Ich hoffe, ich hab die, ne? Weil ich hab insgesamt 9 Schuss. Und was ist denn überhaupt denn? Naja, wir gucken mal. Ob wir gleich, äh, gefasst werden oder nicht. Ah, müssen wir da rein, ne? Ne, wache, Katja. Die Map sagt, alles klingelt. Ach, Quatsch, Falsche. Das war grad geraten, ne? Na gut. Bringt du jetzt auch nicht Schießpulver. Kommt jetzt auch nicht weiter. Was passiert? Oder ich irgendwas? Hochschlüssel. Wo hab ich denn die Tür sehen? Hoch, hä? Wo ist denn jetzt bitte der Hoch? Ach, da hinten war doch noch ein Raum. Äh, Tür. Ah, nee, die ist von der anderen Seite verstanden. War denn auch noch eine? Nee. Hier ist du's da. Oh, digga, diese Map, alter. Wo ist der Hof? Ich mein, digga, check hier, überhaupt nichts, ne? Ist hier überhaupt irgendwas? So, die Jobs, grüße mal bitte. Oh, schön, da doch. Oh, na, nett. Hier sind wir fertig. Laut Map sind wir hier fertig. Die Frage ist halt. Ich war ja schon überall, digga, hä? In jedem verfickten Raum. Speisekammer. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel abgebildet. Soll ich dich rumführen? Nein, 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 nein. Das krieg ich auch schon ohne dich hin. Ich bin ja schocken, alter. Äh, kannst du ja gerne mitkommen, ne, zu diesem Dude hier. Hallo. Kannst du die mal wegmachen? Kommst du mal mit? Junge, alter. Ich wollte gerade auf der Map gucken. Googlen können hier nichts. Nur das Licht. Also Leute, das schaffe ich auch. Ohne dich. Oh, digga, ich will nicht. Wir müssen da rein, ne? Ja, ja, wir müssen da rein. Und die fickt mich ab hier. Also ab hier. Wird schief gehen. Ja, ja, wunderschön, wunderschön hast du dir, wunderschön, digga. Einfach immer dazwischen labern. Weil dann hast du die Bevorteile. Oh, ich hab doch irgendwas gehört. Bitte bleib da, wo du bist. Bitte, bitte. Bitte. Dropscan 3, 2, 1. Okay, jetzt in 3, 2, 1. Oi. Wunderschön. Ne, wir bleiben mit dem Lichten. Die können ja lichtlich ab. Okay. Woher geht's? Die landet. Mach mal auf hier. Wow. Ne, jetzt haben wir was zu tun. Aber ich denke, hier drunter ist irgendwo eine Treppe. Aber ich mag das Dunkeln jetzt irgendwie nicht mehr. Aha. Nein, wir bleiben mit dem Lichten. Das ist so schön hell. Oh, ist der Tags. Wunderschön. Das finde ich sehr interessant, ne? Oh. Ich dachte, das wäre eine Tür. Ich habe das Gefühl, dass mich da nicht irgendwas angreift. Öh. Komm. Oh nein, 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 nein. Nein. Geh doch nicht so schnell rein. Siehst du die da hier? Ich gehe wieder raus. Aber ich muss. Dicke. Schön, dass es hier nichts zum Looten gibt. Sondern das die Motto geht direkt hoch. Aha. Alchemie. Alchemie. Merrick. Kann man zum Merkx herstellen? Merrick. I need Merrick. No. Hey Merrick. Kein Merrick für uns. Für die Schade. Oh Junge. Wir müssen ausprobieren, ob wir das Fenster zerschießen können. Aber jetzt. Obwohl. Die hört. Ne, ich probiere es nicht. Ihr habt keinen Speicherpunkt. Ich will zur Vase, aber... Dann hat es sich leid. Schmeckt. Stabilte Blume. Oh nie. Das ist mir zu ruhig hier. Das kann ich nicht ganz verstehen, Digga. Das... Warte mal, wo ist die Tür? Äh, nee. Gang sogar. Herzlichen Glückwunsch. Da hast du ja mal super ausgesucht. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Oh, Ehekrieg. Na, ich habe sie gefickt. Spaß. Die würde ich nicht mal anfassen mit der Kneifzong, Alter. Oh, schön. Noch mehr Gänge. Oh, fliegt dich. Na, gehen wir mal da rein. Oh, ich liebe große Gänge, die ins Dichts führen. Ja, wir gucken uns einfach mal schön in den ganzen Sachen an. Ah, Fluchtplan. Warte, ich war noch nicht so weit. Gott. Badehaus. Ah, das ist gemeldet, Stingspups. Habe ich die Tür da über... Habe ich die Tür da übersehen, Digga? What the... Oh. Hier sind wir. Was sagt ihr? Das ist ja beschlossen. Wir kommen aber nur da rein. Wunderschön. Da habe ich richtig Bock. Das heißt, hier können wir was suchen. Also müssen. Komme ich da rein? Okay. Uh. Nicht mein Stil, aber trotzdem. Ich sehe nichts. Mama hat Taschenlampe. Oh Gott, ich kann. Ist da was drin? Medic. Medic. Die lieben die Pistole, alter. Schwäge. Über 60, 70 Schuss schon. Trotzdem werden wir jetzt behandeln, als hätten wir nur ein oder zehn. Okay, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir müssen in dieses Bade-Dingsbums. Ja, da freue ich mich drauf. Ey, wenn die jetzt auch noch da sind, ne? Ey, irgendwer von den fucking Figuren einfach gleich zu leben. Ich sehe es doch. Komm, Alter. Das ist... Das ist typisch. Das ist typisch Horror. Typisch. Gibt es hier überhaupt was zu suchen? Nein. Perfekt. Ich will jetzt Wasser. Ich muss. Ja, und jetzt? Ich stehe mitten auf das Ausrufezeichen. Ja, warte. So, ich warte. Hä? Was soll ich jetzt machen? Oh. Oh. Den glätzt du? Ich kann nur eine bewegen. Nee, nee. Kann ich alle bewegen oder nur eine? Geht. Die kann ich auch nur bewegen, Alter. Fickt. Der glätzt. Nein, nein. Oh. Ich habe doch recht im Haustaus. Gedeugt, Mann. So, ihr glätzt euch jetzt an. Wer macht jetzt einen Deal? Okay. Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Ich kann halt nur in zwei Richtungen drehen. Ach. Ich war noch nicht fertig. Ach so, ein Kreislauf. Nee, Quatsch. Naja, ich hatte recht mit einer Treppe. Nur nicht hier. Oh, yeah. I love it. Copy. Oh, yeah. Noch tiefer. Wett muss ich mehr ran? Also, Chris alleine. Jump Scan 3, 2, 1. Das passiert ja nicht immer bei Leitern. Entweder fliehst du runter, oder du wirst gleich mies gefickt. Aber wie weit geht es dann runter? Ach nee. Das hat geladen. Das ist nicht cool. Weil wenn das Spiel anfängt zu laden, so einfach random, dann kommt ein Jump Scare zu 99,3%. Ja, das ist Blut. Wir laufen gerade im Blut. Schätze ich. Kann ich euch anzünden? Nee. Aber ich will da nicht hin, ne? Oh, nee, Alter. Wenn ich das verschieben kann, dann heißt das ja wieder weit. Oh, ich musste da dann. Patate Scheiße. Na, na, let's go. Lass es machen, Bitch. Komm. 1 gegen 1. Bitch, komm. Komm. Der reißt mich gleich runter. Komm. Komm. Komm, ich bin so gut wie tot. Komm. 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 Einfach mal dazwischen labern. Yalla, Digga. Wann dafür bist du denn jetzt, Alter? Ich check dich, was ich drücken soll, du? Ja, ja. Deine Mutter. Deine Mutter. Die hatte ich sie. Leck mich im Sack. Alter. Ich hab so gefühlt, das war nicht die letzte. Oh, ja. Das war so. Oh, leck mich im Sack. What the fuck? Einzelt, bitte. Einzelt. Einzelt. Hallo, 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 hallo. Yo, what the fuck, Digga. Ich verbiss dich. Ich hab nur einen Medic, du kennst du Scheiße. Ey, ey. Ey, ey, ey. Einzelt. Oh, oh. Die lebt, die lebt. Die lebt. Voila. Aber wie ist das Einzeltutschlampe, Alter? Was checkst du denn da nicht? Oh, bist du süß, süß. Bist Lächeln. Alter, zwei Blinden Munition. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist, die Tür da zuzulassen, weil das wäre auch ein praktischer Fluchtweg. Denk ich. Oh, nein, doch nicht. Oder? Wäre ich denn langgekommen? Wäre ich denn langgekommen? Ja, wäre ich. Ja, das wäre ein perfekter Fluchtweg. Du schon wieder. Reicht doch langsam, Alter. Komm, Sensefrau. Sensefrau. Oh, fang. Maschalat, das schmeckt. Jetzt will ich meine Munition haben. Digga, was? Mach ich was falsch? Ich kaufe dreimal für tausend Laie. Scheiß Munition. A3 Schuss. Ich hätte neun. Warum sind denn nur drei? Wo ist mein Rest? Digga, ist das so ein Kack-Buck oder Mario? Ich bin zu blöd zum Nadeln. Meine Pistole funktioniert es doch auch. Da wird mir auch die Munition angezeigt, die ich eh übrig habe. Pistole. Pistole. Wo ist die Flinte? Ich check das echt nicht, Alter. Also für die Flinte kaufe ich nur noch einmal Schuss. Alter, das ist mir... Das ist mir nicht, äh... Nee, dafür... Dafür zahle ich kein Geld. Ich hab zweimal... Ja, 2000 Dollar Sand gesetzt. Bist du tot oder bist du gleich lebendig? Check, check, check. Okay, du bist tot, denke ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Was ist die geteilt, Alter? Warte mal, warte mal. Ich brauch Medics. Medics, Medics. Ich hab kein Medics in der Herzlichen Glückwunsch. Oh, nö. Bist du behindert, Alter? Das ist nix gut, Digga. Nix gut. Nicht erschrecken. Sonst macht's Boom. Oh, mein Gott. Ich versuch aus, wie viel Schuss die brauchen. Wollen also zwei Schussflinte, einmal... Äh, Pistole. Ah, da lässt es Parra überfließen, aber... Äh, scheiße. Next. Next, please. Next. Einzelt. 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 Ey, 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 ey. Bist du behindert? Nein, nein. Das ist uncool. Hello. Hallo. Ey. Bitte anstelle, du kleine Schlampe, Alter. Du raffst das auch nicht. Zack, 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 zack. Next. Oh, warte, 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 warte. Zack, 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 zack. Das ist eigentlich dumm, Digga. Oh, fuck, nur noch eins aus dem Schuss. Boah, ihr kleinen Potzen, Alter. Dafür werde ich mir... Also für dieses Goldkristall-Dinger-Boomster werde ich mir, ähm, Dings-Boomster kaufen. Nein, wie heißt denn dit? Wo geht's denn lang? Ah, ja. Äh, wie heißt dat nochmal? Bitch. Na, wie heißt dit? Munition. War ich doch. Lass mich bitte einmal lupen. In Ruhe. Ey, komm mal. Madics. Anita, fucking Madics. So, zwei. Ja, zwei. Ah, das funktioniert wenigstens. Oh, nee. Ich hab irgendwas gehört hinter mir. Weil ich hör so vieles. Stell dich mal vor. Ihr kriegt ein Jams... Da, warte. Ihr kriegt ein Jams-Ger des Todes, ne? Und diese Fazio fick dich von deinem... Alter, Heaps. Hör raus aus dem Wasser. Wollah, bist du... Wollah, bist du... Verpiss dich. Ey, ey, ey. Reicht doch. Alter, dicker. Wie viel soll ich denn noch? Alter. Habt ihr es jetzt langsam mal? Ey, Digga. Flinte, Minte. Drei schussreiche Ausführungen. So ein Fotze-Wiege kaputt zu kriegen. Next. Also nicht Next. Also, ich... Das kann doch gerne bleiben. Bei ruhig sein. Oh, wieso wieder am helllichten Tag? Also. In der schönen, nicht vorhandenen Sonne. Komm, ich... Gibt's da Loot? Weiß es, gibt's immer... Ich sag schon, immer in den hintersten Ecken gibt's richtig geilen Loot. Hätte ich jetzt verpasst, hätte ich jetzt kein Medic mehr. Guck mal, jetzt hab ich drei Medics. Digger, ich hab einmal mehr nichts, denn im Sand gesetzt. Deswegen geht jede Drecksmillimeter ab. Ach, wie schön. Ich hab's aber ehrlich vermisst, da reinzugehen. Also, lass ich mal lieber. Oh Gott. Lieferando! Ey, das war so typisch, Junge. Ne, warte mal. Jetzt will ich da rü... Komm ich da rüber? Ich komm nicht mehr rüber. Ich komm nicht mehr zurück. Scheiße. Also, wenn ihr es nachspielt, ne? Geht bitte in den Raum. Guck doch nicht so scheiße am Fenster, Digga. Skid up. Geh doch an, du Fotze. Ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich. Ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Ich kann jetzt mal gerne deine Töchter zurückziehen, der gerne den wirst. Oh, oh, oh. Zur Hölle mit der Zeremonie. Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen. Ach ja, wie denn? Ich frage nur das Interesse. Ich frage nur für einen Freund, ne? der mit dir Bescheid weiß, ne? Ich habe keinen Bock. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Medik. Sehr. Stopp. Aber gut, macht Sinn. Wir haben ein bisschen viel verloren. Wer hat es auch erwartet? Hello. Ich wollte gerade schießen, Alter. Der hätte mir da vor dem Monizil verloren. Aber ich bereue es. Ich bereue es. Mutter rief uns zu blablabla. Da hebt die Eifern. Wo bist du? Ah. Verstehe. Wir sind im Gemelsch. Sag ich doch. Wo geht es denn da lang? Oh, ich will es nicht wissen. Dump Scan 3, 2, 1. Uh, ich bin safe. Warte mehr. Ich kann da kein Bild reinstecken. Apropos, ich muss mir einen Medik nehmen. Bin ja ein bisschen gefickt. Wir haben noch zwei Mediks. In diesem Haus, äh, diesem... Gemelsch ist da noch was. Ich muss Rosen... Ja, du blitzt mit der Haubegekrieg. Nein, du bist nicht besonders. Du bist besonders schlecht. Scheiße. So, jetzt mal von vorne. Was? Kann ich da rüber? Ich kann da nicht mehr rüber. Ich kann da nicht mehr rüber, Digga. Warum nicht? Da ist ein Raum. Also, ich stecke jetzt for real hier fest. Da gibt es hier irgendwas? Nö. Ich stecke fest. Da komme ich nicht rein. Und da fehlt mir was. Auf der anderen Seite komme ich nicht rüber. Guck mal, ich mach deine Kackleit kaputt. Ich mach kaputt. Oh Mann, Alter. Das funktioniert. Hört ihr das nicht? Keine Ahnung, hat er verschlossen. Äh, was soll ich denn hier reinstecken? Geht das nur? Ne. Na ja, gut. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich versuche, das da irgendwie noch rauszukriegen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo. Das war's mit dem Video. Tschö. Bitch. Ö. Ich versuche, das war's mit dem Video. Tschö.